So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ihr seht auch schon Vivian, Vivian, Willian, ist da, ist released worden in Pokémon Go und ich kann es nicht mehr hören, ey, mein Kopf platzt jetzt schon. Ich habe in diversen Spoofer-Gruppen gesehen, dass Leute jetzt schon wieder rumheulen und sagen, Niantic ist doch echt bescheuert, das Spiel macht keinen Spaß mehr. Nur weil eine Karte gepostet wurde und man gesehen hat, dass es 18 verschiedene Formen gibt, verteilt und ich denke mir, cool, endlich mal ein Feature, was Neues und auch Langzeitmotivation. Aber die Spoofer beschweren sich und sagen, die sind komplett bescheuert und es macht einfach keinen Spaß mehr. Hä, für die ist es doch am leichtesten. Die gehen da hin, holen sich drei Postkarten und dann haben die das von der Region. Alle anderen, die das nicht können, haben jetzt aber die Möglichkeit natürlich über Freunde, über ausländische Freunde, wer ein paar Japaner in der Liste hat, ein paar Amerikaner in der Liste hat, sonst was, diese Postkarten zu bekommen, anzupinnen, dadurch dann auch Purmel zu bekommen, wenn das so heißt. Ich finde das eigentlich richtig cool, wie genau man das jetzt aber machen muss, dass man überhaupt einem Purmel begegnet, wenn das so heißt. Und was es für einen super genialen Trick gibt, damit ihr euch nicht total euer Postfach voll müllt, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Video, ich habe nämlich bisher ein Purmel abgeholt. Ihr könnt ja täglich drei eigene Postkarten von euch, von Geschenken, die ihr verteilen wollt, anpinnen. Mehr könnt ihr nicht machen. Ihr könnt also zehn anpinnen, aber nur drei zählen. Nur drei Stück werden gezählt, da braucht ihr nicht 100 anpinnen von euch selber, nur drei zählen. Aber von Freunden gibt es wohl, soweit ich weiß, keine Begrenzung. Deswegen wollte ich jetzt mal ausprobieren, ich habe ja 400 Freunde eigentlich immer in meiner Liste gehabt. Ich gehe jetzt jeden einzelnen Freund, der mir ein Geschenk geschickt hat, durch, denn ihr müsst das Geschenk nicht öffnen, weil die Geschenke sind ja auch reduziert auf 40. Ihr müsst aber nicht die Geschenke öffnen, ihr könnt auf jedes einzelne Geschenk und die Postkarte anpinnen, ohne das Geschenk zu öffnen. Und die könnt ihr dann direkt auch wieder abpinnen, damit die Postkarte auch gar nicht erst bei euch gespeichert wird, denn es geht nicht ums Speichern, sondern ihr könnt anpinnen, abpinnen. Zack, dann zählt das als Interaktion, aber ihr müllt euer Postkartenbuch nicht zu, weil das ist ja auch begrenzt auf 300 und müsstet irgendwann ihr ins Postkartenbuch und müsstet alles rauslöschen. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich auch nicht. Ich habe dazu auch eine Umfrage gemacht, habe gesagt, dass ich gerne mal alle Postkarten anpinnen würde und abpinnen und dann mal den Fortschritt anschauen. Denn mein aktueller Fortschritt ist, ich habe drei eigene angepinnt, hier wo ich wohne und habe einen Purmel bekommen als Begegnung. Und wenn ich jetzt alle Freunde durchgehe und dann nachgucke, welche Region gibt es, welche Region habe ich jetzt, wer kommt woher sozusagen, aber ohne zu zeigen, wer woher kommt, fand ich das eigentlich eine coole Idee. Dann gibt es ja auch eine Medaille. Es gab etliche Kommentare hier dazu, viele haben gesagt, sie haben damit kein Problem, man kann ruhig sehen, wo die herkommen und wo die spielen. Und ja, also einer aus Berlin, der immer aus Berlin schickt und dann steht da, der spielt in Berlin, der wird jetzt kein Problem haben. Jemand, der den ganzen Tag in Zaragoza rumhängt, wird vielleicht sagen, hey, warum liegst du da meinen Namen und sagst, ich bin in Zaragoza unterwegs, was soll das? Also habe ich mir gedacht, wir werden das ein bisschen anders machen, dass das da ein bisschen versteckt ist. Für euch jetzt aber mal kurz, ich habe nämlich hier gerade wieder mal keinen Faden, ja. Wenn wir auf unser Profil gehen, wenn ich es irgendwann finde, haben wir ja bei den Medaillen, sobald ihr mal dem Ersten begegnet und sobald ihr mal eine Postkarte angepinnt habt, eure Vivillon-Sammler-Medaille, Sammler-Vivillon aus der ganzen Welt steht hier. Hier ist auch eine Lupe, unten neben der Karte, wenn ihr auf die Lupe geht, seht ihr auch, welche Typen es in welchen Gebieten gibt und die könnt ihr nach und nach sammeln, die Spoofer könnten also jetzt da hin hüpfen, da einfach drei Stops drehen, drei Karten dann anpinnen, eigene und dann hätten sie eine Begegnung mit einem Pummel von da und hätten für diesen Bereich, für diese Region die Medaille gepusht. Die einzige Medaille, die ich aber gepusht habe, ist die Kontinental. Pinde Postkarten aus der Kontinentalregion an. Ich befinde mich in der Kontinentalregion. Wenn ihr drei angepinnt habt, wechselt das, euer Fortschritt steigert sich und wechselt von drei auf neun. Wenn ihr neun angepinnt habt, wechselt es von neun auf fünfzehn und das ist das Höchste, was man erreichen kann. Dann kriegt man bei jeden fünfzehn Karten, die man anpinnt, wieder eine Begegnung. Also bei drei Begegnungen, äh, bei drei angepinnten Karten, kriegt ihr ein Plur... Pummel? Pummel? Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich habe es einmal gefragt. Ich habe dann bei neun und dann bei fünfzehn. Lasst uns das jetzt aber ausprobieren. Ihr seht, es ist alles grau. Ich habe nur hierfür jetzt die Medaille. Ich werde jetzt in meine Freunde mal reingehen und dann werde ich mal sortieren nach Geschenk. Ihr könnt ja sortieren nach Nichtgeschenk, wer euch keine Geschenke geschickt hat und nach Geschenk, wer euch was sortiert hat. Hier steht zum Beispiel Rexy. Wenn ich jetzt auf Rexy gehe und Rexys Geschenk anwähle, könnte ich das Geschenk eröffnen, aber ihr müsst das Geschenk nicht öffnen. Ihr könnt einfach auf die Pinnadel drücken, zack, ans Postbuch angepinnt. Das zählt jetzt als Interaktion für diese Region, von der das Geschenk herkommt, ist in eurem Tagebuch. Aber ihr pinnt es direkt wieder ab, aus Postkartenbuch entfernt. Also lasst das nicht drin, drückt drauf und drückt nochmal drauf, dann ist das kurz drin gewesen und es zählt als Aktion. Und ihr könnt so einfach jeden Tag gefühlt eure ganze Liste durchgehen, aber euer Postkartenbuch wächst nicht. Denn ihr sammelt da ja bestimmte, die ihr sammeln wollt. Müsstet dann Mist sammeln, den ihr gar nicht drin braucht und eins wieder rauslöschen ist Quatsch. Also drückt ruhig da drauf einmal, dann nochmal, kurz anpinnen, abpinnen, fertig, reicht schon. Damit man aber nicht sieht jetzt, wer wo wie herkommt, bei Reike weiß man es jetzt. Ich werde das aber jetzt nehmen, werde das mal hier runterschieben, so dass man halt nicht wirklich was davon sieht. So seht ihr, wen ich alles habe, von wem ich jetzt alles was an- und abpinne. Man aber nicht sieht, woher die alle kommen, aber man im Endeffekt sieht, wen ich alles dran hatte und dann in der großen Übersicht, welche Region ich abgedeckt habe. Aber ihr wisst nicht, durch wen ich diese Region abgedeckt habe. So, das war also das erste Drexie. Hier haben wir 007 Flex. Ihr seht, angepinnt, abgepinnt, fertig. Ihr seht den Namen immer, 007 Flex. So seht ihr natürlich auch, was er für einen Buddy hat, was er für eine Pose hat, wie er aussieht, welchem Team er angehört. Muss so reichen, mehr seht ihr gar nicht von den Leuten. Hier haben wir Kuvi Diva. Oh, habe ich aus Versehen, die das weg gemacht haben. Man muss ja trotzdem aufs Geschenk drauf. So, an-pinne, ab-pinne, zack, zurück. Hier, Buford, Uchi-Cha. An-pinne, ab-pinne, zack, zurück. Lost Lift. An-ab-zack, zurück. Mango Nummer 5. An-ab-zack, zurück. 0-Max-6. An-pinne, ab-pinne, zack, zurück. Samyang-Buldak. Uh, das ist wieder meine eigene Region, also die Kontinental-Region. Aber warum nicht? Hey, Spületrend, auch am Start. Drückt mal an, drückt mal weg, fertig. Also ich habe es euch ja im Ersten gezeigt. Sogar hier. Tenjal zum Beispiel ist Glücksfreund. Bei dem würde ich nie wieder ein Geschenk öffnen, weil ich ja Geschenke nur öffne, um glücklich zu werden. Wer glücklich ist, müsste ja nicht weiter interagieren, da kommt ja nichts mehr danach. Öffne dann lieber bei den Leuten, die nicht glücklich sind. Aber statt Geschenke öffnen, kann ich trotzdem sein Geschenk anpinnen und habe aus seiner Region dann eben diese Interaktion. Und weil ich ja noch ein Geschenk habe, könnte ich also morgen mit diesem Geschenk aus seiner Region wohl die nächste Interaktion machen. Er muss nicht mal ein neues Geschenk schicken. Ich könnte diese Region jetzt jeden Tag farmen. Frank hier auch das Gleiche so genau. Zack, an-pinne, ab-pinne, fertig und weiter, weiter, weiter. Scheinux. Tja, da steht Polen dran. Spoofer. Spaß, Grüße gehen raus. Der ist ja sowieso, der hat ja das Polen-Bier-Tasting. War er ja dran schuld. Deswegen, da weiß man schon, hier ist der Skinny. Hier ist die Boge. An-Ski, an-pinne, ab-pinne. Also ich hoffe, dass das so ist. Normalerweise also bei drei Begegnungen. Wenn ihr rausgeht, erscheint automatisch dann Purmel zum Fang. Wenn ihr aber mehr macht und es überschattet, könnt ihr dann auf der Karte diese einzelne Region andrücken, wie ein Feldforschungsdurchbruch, um das dann rauszufangen. Ich hoffe, das funktioniert so. Prinzessin, hier auch. Zack. Cookies Mama, an und ab. Eins Kommandant, an und ab. Lokal Matador, an und ab. Das Gute ist, wenn wir so viele Purmel-Begegnungen haben, können wir natürlich auch schön Bon-Boms farmen. Aber wir müssen ja irgendwann auch mal jedes irgendwie entwickeln. Und ihr habt die Chance auf einen Hunderter. Ich habe gesehen, drei, vier, fünf Leute im Fansheet am ersten Abend schon gleich. Ah, ich habe einen Hunderter, yeah. Was random ist, aber trotzdem die so viel Glück haben. Eins Serser Wollmaus, an und ab hin. Eins Testzocker, an und ab hin. Ein Wollmausjäger, eins verkackt, wäre es vielleicht besser, ich nehme es einfach in die Hand und schiebe es rüber. Eins Zedane Marlos, so, 22 Michel, 27 Alex, zwei Lucario-Fans, vorbelastet, hat ewig lange Pause gemacht, ist jetzt wieder zurück, kennt ihr noch vorbelastet. 6-6, Poga-Handa, Abokugi, Pupsi hat sich gerade eine Pizza geholt, hier Adi, na gut, Pupsi hat sich keine Pizza geholt, Pizza ist noch im Ofen, Agihalmi, Aiwakits, meine eigenen, die mache ich nie auf, über meine eigenen kann ich meine Region jeden Tag pushen, Bismarck-Turm, Eiver-Pikant, Eiver-Scharf, das ist übrigens Hannes, München, das kann man sagen. So, Eiver-Soft, Akribie, Akribie, Albert-Scheint, Aliton, Almhorsti, Aluhut, Amikosi, Anamana, also das müsstet ihr aber wissen, das ist hier Duisburg, ja, André Speck, nicht André Speck, André Speck, Andy Project, Annelie, 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 Dabedi, Dabedei, Aquana Grill, äh, Girl, Atorx, Bierschanka, Güstro for Life, guck dir das an, Balu, Karlsbauer schnitten, jetzt, wenn ich es vorlese, ist ja, wir dürfen doch keine Orte verraten, Mann, 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 oh, Baron von Furz aus Erfurt, wenn ihr wüsstet, wer das ist, euch würde die Hutschnur platzen, äh, Baumlieb, Bisa, Fan Enzo, Bufing, wieder hier, Kontinentalregion, Pizza, ha, das was Bubsi im Ofen hat, Black Weiber Cat, Anpinn, Abpinn, Blattentiers, blutige Tiere, Blue Grizzly, da weiß man auch, dass es Duisburg ist, hier, äh, Borki, Bowlingball, Brezelqueen, haben wir in Berlin getroffen, beim Go-Fest, Brotpilot Lima, Brotpilotmeister, Bruce Willisow, was will er denn, hier, Timo, wohnt in Hildburghausen, das muss ein Spoofer sein, Timo, der Zweite, plötzlich nicht mehr in Hildburghausen, und Timo, der Dritte, jetzt reicht's aber, Burkhard, äh, Burndown, Steve, statt Wohnorte zu verraten, die Echtnamen verraten, genau, Kapi Samra, City Fanboy, hä, Seafire One, kenn ich net, Champ, Grüße an Seafire One, Karissima, steht wieder auch echter Name der, chefe24.de, die Seite für unkomplizierte Abenteuer, Hallo Pupsi, Chevy Art, Chevy Lienchen, gibst du mir nicht recht, dass chefe24 klingt wie so eine Abenteuersseite, wenn die immer Abenteuer 69 und, ja, genau, chefe, was hast du dir dabei gedacht? Chill Boris, Sugar Fee, Fai Fee, Chrissy Chrissy, Christian, Edge und Christian auch dabei, Captix, Konstin, siehst du denn, Konstin hätte man fragen können, ob der am 24. zufällig eine Hisui, äh, Raidtour macht, Kugi, sieht aus wie bei mir der Homestop, aber ist einfach ganz woanders, Koronika, Kuselinchen, da seht ihr auch mal meine Liste, ne, Cowboyinjus, Crank, ich glaube, der ist Fan vom, ähm, wie heißt der mit, Jason Statham, genau, danke, äh, Kryptos, Cumulus, Kuli Dieter, Kuli Uwe, Deku, Deku, Deku mit, Oriasex, Dabi, Dabi, genial, Dabi, wo bist du, Dani, der Dicke, hm, Rostock, Wismar, was? Dantro, Pizza ist schwarz, David and Kathy, ja, warum hast du denn nicht raus vorhin, der kleine Lolli, Skandalparer, Detecting Cock, äh, Pock, die Jenny S, Dipper Pints, was hast du denn einfach einer gemacht, Disco Pogo? Thunfisch, Dixon, zeig ich mal die Thunfischpizza, Thunfischpizza, von Pupsi, aber wenn du die Innereien isst, du isst doch den Rand eh nie mit, das passt doch, Dole Pee, Drogon, Drachenfee, hast du den Ofen dann ausgemacht und es so dringelassen oder war der immer noch an? Hätte ich schon ausgemacht, Brutzel in der Resthitze, Kochtipps von Ramses, Drarek, Drogonite, meine Pizza wird nicht mehr schwarz, seitdem der Ofen wieder funktioniert, man muss nur mit umgehen können, Pfff, Dully Squat, Das hat mich ja schon irritiert, dass auf der Fahrruf steht ober- und unter-hitze bei 250 dran, ich fand das ist ganz schön krass. Dummer no man, na dafür hitzt mal vor und tut es nur zwei Minuten rein, Eberhard Schmidt, Eisendetsch, Pupsis, nächstes Mal sagst du, wenn du Hunger hast, dann mache ich dir eine Pizza. Ja, du hättest auch einfach Gentleman sein können, du hättest mal auch kurz. Elisa Huhn, Engelchen, Erzengel, Michael, Exiniel, sehr aktiv in der Raid-Gruppe, Grüße gehen raus, finde ich stark, habe ich gerne in meiner Liste, wir interagieren theoretisch dann jeden Tag schon, allein nur durch Raids, Extreme, Fabi, Drei Go, Farad Jan, ja, ja, Fallout Pipe Boy, also Sondengänger, Fati, Faustball Basti, ist ja wie bei mir, aus dem Pfui in Hui, ne, Faxe Raid Eric, FC Mary, aus Schweinehausen, Fernraid Go AMK, Fetty Krüger, sind gerade mal bei F, Feuerwehrfra, Grüße an Balu, Flexmann, Fusinator, der heute ein Dubby abgezogen hat, dann ist er komplett ausgerastet, Finderlauch, aber Fusinator einfach, was, die, der hat um neun angefangen, dann mach ich auch um neun auf, oder was, Gossik, ich glaube auch der Gefahr, dass mich gerade jemand öffnet, weil ich im Spiel bin, nochmal hätte ich 14 Uhr erst reingekonnt, Grieke, Gussi Daric, Häkeltussi, heiße, IRL, Hamburger Truller, Hannes Kannes 4, Hannes mein Name, Hannes Ramses, Hannes ja, ne da steht hey ja, so gibt nur drei Hannes in der Liste, und keiner davon heißt wirklich Hannes, doch der eine, Henry Nicky, Herr Kuchen, Hikaru, Holmes Sherlock, wenn ihr die auch alle in der Liste habt, schreibt es mal in die Kommentare, Hopfenschnitzel, Horstl, ich bin der Bruder, vom Bazooka, äh, Hosenmops, Humken, 1, 2, 3, Kit, Icegob Jens, Itch to Domo, Jens, wenn das wirklich so funktioniert, müsst ihr das jeden Tag machen, Jarl Ragnason, Jason, Jason aus Elm, verdammt, ich hab das Geschenk nicht wieder abgepinnt, warte mal, also Jason normal, jetzt kann ich's abpinnen immer noch, gute Sache, Jason aus Elm, Jason vorm Kiez, verdammt, jetzt hab ich das Geschenk aufgemacht, die Konzentration ist nach, ich kann's nicht mehr anbinnen, das Geschenk ist weg, Jena, Jena, wieder vergessen, ab zu was hier nicht, nein, mach's jetzt nicht, nein, ich bin komplett raus, jetzt muss ich suchen, wo die Jena war, seit Pupsis Pizza schwarz ist, ist die Welt nicht mehr die gleiche, in der ich davor aufgenommen hab, Jena, 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 so, naja, da würde ich dann dir aber die Schuld geben, so, Jens von X, Jebandi, Jebandi 2, Elbandi, Jojo, Johnny Holiday, oder auch Urlaubskiffer genannt, so, Julchen Feechen, Kaspar Kopfine, die steigt heute auf zu Best Friend, Cardanero Max, Katsumatiger, Kairo, Kaiser Kai, Kai, Dari Imbiss, Kieler, das heißt nicht Killer, sondern Kieler, und danach kommt Kille Pitcher, King Hammer, King Zaptos, Kippen 18, Kleiner Junge, Kleingeist, Klotzidari, Knabbelstube, Knudliner, Kunsturin, Kurfürst, Lady Butterfly, Leficu, Lemuraskalta, Leficu, was, Lemur, Askala, Leonard, Leon Mochis, Ölznitz, Libera Forret, Lieschen, Linus, Lisa, Lohiertown, Ich bin der Mike, Luigi Sarada, Molly, Mazedonier Forever, hab keinen Bock mehr, Madiba, jeden Tag, Mäusekind, mein Frankfurt, Hunger, Mädchen Stefan, Marc Niemals, Marco, Marco Fedex, ich hoffe, die bündeln sich wirklich alle die Begegnungen, Markus X, Marster Gossi, Master Joga Bra, Master Martin, Matze, Schwab auf Aufnahme gedrückt, äh, Maxi Hip, das wär's, Mazofix, Meg Maggie, ein Meg Maggie, bitte, hä, Meri, meine Sache, Meisterfänger, Messchangi, Methylen, Michaels Eiers, Micha Rieme, Mieser Back, Mika Minkus, Thomas, nein, wir sind noch nicht bei T, wir sind bei M, also Moonlight, Moritz Ruh, Moro der Starke, Grüße nach Nürnberg, Mr. Kettleman, jetzt weiß ich erst mal, dass das von, wie heißt das Spin-Off von Breaking Bad mit dem Anwalt, Mr. Hasini, Better Call Saul, genau, Mr. Moonlord, da gab's nämlich Familie Kettleman, Muffler 14, Ned Ghost, Neues Gelb, Altes Gelb, Niklas, Niklas Rippe, Niklas Füße, Monolog, Oliver, Otakund, Paradox, Pasta Nack, Patrick Cara, Patsch, Paula Emperor, Pauli ist lustig, das ist der Versicherer, so, Patschop Girl, Pfirsich Schatzi, Philipp J, also Jod, wer jetzt denkt bei dem Name, das muss doch ein Spoofer sein, ich kann euch versichern, wie der Versicherer, Geschenk kommt aus Fürstenwalde Spree, Brandenburg, ist trotzdem Spoofer, Erfurt, ach nee, warte, Plankton, hab den Namen verwechselt, Pogomaus, Prinz, Prinzessin, Prinzette, Pumagirli, Pubibunny, Pyrokoga, Raff Camorra, Raiffeisenbank, Raff Let's Play, Rainbow Fluffy, Rehncloud Gaps, Ramses die Fee, Ramses Greatest, Ramses Raid Mania, Ramses Raid Party, Riccardo, 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 Riccillo, Robert Einhunderter, Rudi Rüsselix, Rupert, Sabrina Spielt, Salvas, Salvas, Samstag Samuel, Samuel Hess, Samyang Hot Spicy, Sandsturm, Mann, Sayuri, Schatzi Elf, Schmexify, Schwarz von Hirntod Records, Zenfine, Zenfine, Serkan Schau, Tschüss Serkan, Sevo, Shaggy, Shiny Freund, Shaggy Schlumpf, Shiny Hunter, Shaggy Is My Name, Solo Sikai, Simpli Camora, Skyfall DLC, Skyfall DLC, Speck, Speck I, Speck Rücken, Sprachenkind, Stan Lee, Strange Love, Zubasani, Sumquiquve, Dazan aus Eisfeld mit dem Affenkopf, T-Tomek, Terrorzwerg, Thomas, The David Star, Teesos, The Boast Man, Threep Wood, Tick Flake, Tick Dragon Hunter, fang gleich an zu weinen, Tick Cakes Lord, Tick Mysterion, Tick Sakura, Tick Fight AFK, Tick Fick Hatsch, Tick, Tzari, Toru Kuseki, wer jetzt denkt, dass Tick jemand ist, der einen Tick hat und viele Accounts, das sind alles verschiedene, die gehören einer Sekte an, Trainer Max, MVX, Trainer Sir Abs, 3 Hatta Kingo, Taiwa Tiso, Urinalbecken, Wynn, Vivala Ramses, Vistex, Vivalenno, Wortenjanga, Weberse, oh ne Hand, Wiggeta, Wild Luca, Buddy einfach Kusramses, Tja, X-Killer Phantom, Jewel, also auch mit X, RSG Dennis, Rode Stuhlgang, Gerhard, X Gerhard, Rode Flucht, Rode Frucht, noch Rode Schlucht, Wodka Hondas, Coke, Markus, X, XY, Karsten, Jaja, Jaxa, Zamob, bis Zetze immer schon, Zapdos Annika, die ist bestimmt schon wieder in der Badewanne, Zongermite, Zuwild, Oh und da ist Pizfarm und ich habe keine Geschenke mehr, der Rest von meiner Liste hat leider keine Geschenke geschickt, das heißt, da können wir leider nichts mehr machen, jetzt ziehe ich euch einfach mal hier hoch und jetzt passt mal auf, jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt hier rausgehe, wie das aussieht, passiert hier jetzt was? Wow, guckt ihr das an, ich habe eine Medaille verdient, Blumenmeer, okay, und jetzt ist hier ein, boah, das wird jetzt aber brutal, ich muss hier jetzt eigentlich alle fangen, das heißt, jetzt geht das Video erst los, das war jetzt das Intro, so, da hat was, jemand gespeichert, da, 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 schau mal da oben die ganzen Dinger weg, diese blöden Benachrichtigungen, das ist alles komplett uninteressant, ich will jetzt hier von den Karten und dem Zeugs, mehr will ich doch gar nicht, da kommt einfach nichts mehr, hat sich ja gelohnt, eine Begegnung mit einem, nee, wir können jetzt aber mal hier drauf, wieder auf die Medaillen und jetzt mal schauen, was passiert ist, die war ja bis hier unten, und jetzt ist sie immer noch unten und wir haben statt ein, den Fortschritt auf der Medaille, zwei, aber, was ist jetzt anders, das hier ist neu hinzugekommen, Blumenmeer, wir haben also drei Stück aus der Blumenmeerregion angepinnt, haben, weil wir drei hatten einen Encounter bekommen, wir müssen jetzt neun Stück aus der Blumenmeerregion anpinnen, gleichzeitig, was ich halt nicht verstehe, ist ja hier oben, das müsste doch unsere Kontinental sein, bei der Kontinental haben wir jetzt hier einen Encounter drauf, den wir fangen können, machen wir mal kurz, gehen zurück, jedes Mal musst du jetzt wieder da drauf, wieder auf die Medaillen oder was, jetzt zeigt es uns an, weil wir neun angepinnt haben, habt ihr am Anfang gesehen, haben wir einen Encounter gehabt und müssten jetzt 15 anpinnen für das nächste, gleichzeitig habe ich hier in dieser Region, sehe ich gerade nicht welche das ist, aber auch, wahrscheinlich natürlich drei Stück, geschafft und angepinnt, ich weiß nicht, ob sich das addiert, oder ob ich als ich drei fertig hatte, die erst hätte abholen müssen, damit die anderen sich draufsummieren, sonst hätte man nämlich noch mehr gehabt, X und du seid Hüberfreunde, wer ist das? Blauer Blitz. Müsste ich eigentlich direkt löschen, weil der hier um 12.58 Uhr Geschenk aufmacht, am Sea Day, aber Blauer Blitz hat Sonderrechte, der hat mir mal einen Schein E-Kognito gegeben. Jetzt gehe ich wieder runter, gehe wieder hier drauf und ich sehe, da hatte ich drei aus der Ziergartenregion und das waren bestimmt mehr als drei, aber nach drei war Feierabend, die anderen haben nicht mehr gezählt, man hätte erst abholen müssen, um dann die neuen auch voll zu machen. Wir haben aber hier jetzt noch eine Region, das heißt, wir haben wieder drei aus einer anderen Region, wo wir jetzt hier abholen. So. Wann macht die einen Krach? Guck mal hier, das ist die Aquamarin-Region. Hier kann ich jetzt auch fangen, weil ich wieder aus einer anderen Region irgendwas anderes hatte. So. Zack. Wir können ja auch gleich noch bewerten und mal gucken, ob da was Gutes dabei war. Zack. Nochmal. Drücken. Zack. Jetzt zeig mal hier, was hast du denn Schönes für uns? Das ist die... Ich hab's wahrscheinlich nicht gefangen. Ja. Ich hab's nicht gefangen, also wir gucken mal, wie das aussieht, wenn man's fängt, normal, ohne Schnellfang-Trick, wenn man trifft, vielleicht. Vielleicht muss man gar nicht ganz zurück, das ist nur durchs Fliehen, dass ich ganz zurückfliege. Vielleicht ist, wenn du ganz normal fängst, bist du automatisch wieder in der Übersicht, oder? Wo bist du? Nö. Bist auch wieder da. Also ist egal, dann macht halt ruhig Schnellfang-Trick, ist wahrscheinlich dann schneller, als wenn ihr das Einzelne so daraus kämpfen müsst. Äh. Die Medaille ist weggerutscht. Die ist jetzt von Bronze zu Silber geworden. Bei 5. Weil wir jetzt 5 verschiedene Medaillen angefangen haben. Wir sehen hier Fortschritte auf den anderen. Was heißt das jetzt? Das hat ja also doch gezählt. Das heißt, bei der hier, wir haben eine aus der Archipel-Region gehabt. Wir haben eine aus der Prunk-Region gehabt. Wir haben wie gesagt, ich denke mal, wir haben mehr als 9 hier gehabt, aber weil das erreicht war und man hätte einen Encounter abholen können, haben die restlichen nicht mehr dazu gezählt. Bringt also was, regelmäßig reinzugucken und erstmal die Encounter abzuholen. Also das ist voll, das ist voll. Wir haben sogar hier 2 aus der Dürre-Region. Aus der Frost-Region haben wir noch gar nichts. Dschungel-Region ist 1. Monsoon haben wir 2. Ozean haben wir 2. Schneefeld haben wir nichts. Flussdelte haben wir nichts. Sand-Region nichts. Savannen 2. Sonnen 0. Flocken 0. Aber hier 9, 9, 9 brauchen wir jetzt. Hier 15 brauchen wir. Also wenn ich 9 aus dieser jetzt anpinne, habe ich wieder einen Encounter. Wenn ich hier noch 1 anpinne aus dieser, habe ich einen Encounter und habe die erste Medaille dafür voll. dass ihr seht von wegen, die werden immer bekloppt da und es macht alles keinen Spaß mehr. Ich finde das cool. Wenn ihr wirklich mal irgendwo sitzt, weil ihr beim Arbeitsamt sitzt gerade und auf euren Hartz-IV-Antrag warten müsst und ihr da eh warten müsst, bis ihr aufgerufen werdet. Früher war das so zumindest. Heutzutage ist das ja sehr anders. Seit Corona ist, haben die Türsteher und der Türsteher, der ist, da könnt ihr dann, seid ihr der Einzige, der da hinkommt. Wenn ihr beim Zahnarzt sitzt, wieder mal und euer Termin ist 10.30 Uhr und alle, die nach euch kommen, kommen vor euch dran, was ihr nicht verstehen könnt, dann könnt ihr ruhig mal so nebenbei in eure Liste und ein paar Postkarten anpinnen. Warum nicht? Ihr müsst ja keine Geschenke machen. Ihr pinnt einfach ein bisschen was an. Und schon habe ich hier fünf Stück, schon mit einer goldenen Umrandung, bei anderen schon überall angefangen. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann mal irgendeine von diesen restlichen, wo jetzt 0 drauf ist. Aber auf jeden Fall haben wir jedes Mal dann wieder einen Encounter dabei. Und die Encounter, die wir jetzt gerade gefangen haben, können wir uns ja jetzt auch mal angucken und mal bewerten, wie gut die überhaupt sind. Hier 15, 11, 15. Hier haben wir 13, 11. Die sind ja bestimmt auch alle das gleiche Level. Das heißt, je mehr WP, desto besser. Die müssten alle Level 15 sein. Schlecht, schlecht. Schlecht, schlecht. Schlecht ist das. Das heißt, das Beste natürlich, was wir jetzt haben, ist das mit 205. Und jetzt gebe ich nochmal kurz direkt Purmel ein. Das Erste, was ich gefangen habe, war nämlich das mit 198. Aber mein Bestes jetzt hier, das. Und ihr seht ja auch, wenn ihr da mal reinguckt, erhalten, Hügelsheim, Baden-Württemberg, Deutschland. So könnt ihr auch, ihr wisst natürlich nicht, zu welcher Region das dann gehört, aber so könnt ihr halt dann mal schauen. Hier, New York, Vereinigte Staaten. Das wird sicherlich also zu einem anderen als das mit Saragossa. Hier haben wir Auckland. Das wird bestimmt zu einem anderen als Saragossa, als New York. Beziehungsweise habt ihr es ja sogar am Entwicklungsbutton hier dran stehen. Ihr seht ja, beim Entwicklungsbutton hier wird ein roter Schmetterling. Hier wird ein blauer Schmetterling. Hier wird ein grüner Schmetterling. Also ihr wisst, das hier gelber, weil Köleda, Thüringen, ist also unsere Kontinentalregion, wird gelb. Wunderbar. Hier wird wieder, der wird rosa. Was ist das? Rosa aus Hügelsheim. Ja, Hügelsheim ist extra. Hügelsheim ist was anderes wie Coburg. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist nicht so, ne, kontinental. Selbst in einem Kontinent könnt ihr verschiedene Formen und Farben bekommen. Und das wird euch ja schon hier direkt angezeigt. Deswegen orientiert euch ruhig daran. Macht das mal ein bisschen. Guckt mal, ob ihr vielleicht ein Hunderter kriegt. Ich habe jetzt 31 Bonbons gerade mal. Das ist nicht viel. Ihr könnt da mit Sonderbonbons arbeiten, wenn ihr wollt, oder weil es nicht wegrennt. Ihr habt Zeit. Ihr habt Zeit. Testet das Feature ein bisschen. Wir können wie gesagt auch eigene Postkarten anpinnen. Ich werde aber jetzt wahrscheinlich kein Geschenk mehr haben. Beim Max kann ich was schicken. Ne, ich habe keine Geschenke gerade im Beutel. Deswegen, das kann ich jetzt nicht zeigen. Ihr könnt aber, egal wo ihr seid, ihr könnt drei eigene anpinnen. Egal wo ihr seid, ihr könnt drei eigene anpinnen, die ihr eigentlich verschicken wollt, um halt eure Medaille für eure Region zu pushen. Oder ihr nehmt die von Freunden an und pinnt die an und dann passt das auch. Glückwunsch! Habe ich schon die Silbermedaille bekommen. Richtig genial. Jetzt ist 13 Uhr, 14 Uhr geht der CD bei mir los. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Hast du noch Pizza übrig gelassen? Nur Rand. Nur Rand. Den probiere ich jetzt mal. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.